Wie man ein Kunstmuseum besucht Schritt 1 Fahren Sie zu Ihrem regionalen Kunstmuseum Schritt 2 Praktisieren Sie die Dinkerpose Stellen Sie die rechte Hand unter Ihr Kinn und die linke Hand über Ihren Torso Machen Sie die Dinkerpose bei Gemälden Nun sehen Sie aus, als ob Sie etwas verstehen Schritt 3 Machen Sie die gleichen Posen wie die Leute in den Kunstgegenständen Das hilft Ihnen, um sich an die Gemälde zu erinnern Schritt 4 Lernen Sie den Namen eines Gemäldes auswendig Wenn Ihre Freunde Sie nach Ihrem Besuch fragen, können Sie den Namen des Gemäldes sagen Schritt 5 Essen Sie Mittagessen Kunstschätzen ist harte Arbeit Ende